I am the creator! Kennst du das? Du warst gerade im Kino und hast einen spannenden Film gesehen. Du magst diesen Film und als er endet, verlässt du ganz normal das Kino. Während du auf dem Heimweg bist, denkst du darüber nach, wie langweilig dein Leben ist. Wenn alles doch nur so wäre, wie in diesem Film. Es wäre wundervoll. Nachts, ein paar Stunden später, liegst du in deinem Bett, die Decke anstarrend, denkst du immer noch über unsere langweilige Welt nach, die langweilige Schule, welche du morgen besuchen musst, deine langweiligen Eltern, welche ununterbrochen mit dir meckern, das langweilige Haus, in welches du jede langweilige Nacht in deinem langweiligen Bett schläfst, der langweilige Psychiater, welcher dich immer ausfragt. Alles ist so langweilig. Wäre die Welt nur wie in diesem Film. Am nächsten Morgen sitzt du in einem der langweiligen Klassenräume in deiner langweiligen Schule. Der langweilige Lehrer erzählt etwas über dieses langweilige Fach. Deine langweiligen Mitschüler um dich herum sehen gelangweilt den Lehrer an. Gleich ist alles wie in diesem wundervollen Film, denkst du. Zückst dein Messer und schneidest deinen Sitznachbarn die Kehle durch.